Hallo, mein Name ist Florian Hofmann, ich bin 42 Jahre alt, Bäckermeister von Beruf. Ich kandidiere für den Kreistag Böbling und für den Böblinger Gemeinderat. Und ich werde mich einsetzen gegen die Windräder, die geplant sind in der Nähe der Dienstenhalde und allgemein gegen Steigeldverschwendung. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020